egal wir probieren es einfach also so wie gestern sind die noch mehr oder weniger gut wenn die festplatte kaputt wenn ich auch die fremse darunter leiden was sind es für sounds wenig ich hör nichts ich höre hühner gackern und so was dann sind das wohl hühner ich habe können ja passieren dass ich jetzt schnell weg bin ja ich muss jetzt eine expedition schnell starten morgen gab es wird die expedition beginnen brauchen die irgend wird ich weiß was du ja glück was das verbessert ich wüsste jetzt keine item was das macht fälle gefechtskunst da können ich das verschlechtert wir machen das mal auf 100 auf 99 prozent reicht beginnen die expedition und jetzt baue ich in der neuen welt was auf dass man mag platz starker staat mit dem zug hast du nicht gerechnet was brauchen die die brauchen eher so eine brauchen banane sie haben ein neues zwischen er so bananen irgendwo ist baumwolle stoff verarbeitet das gebäude wolle so dass der übliche arbeitskräfte beschäftigt das gebäude arbeite arbeitskraft besser wirklich was wenn das sieht also was machen warum es ekelhaft so erst mal drei holzproduktion starten da immer drei kannst dich aber auch nicht zügeln ich brauche schon viel holz hier als sie seit okay damit du das siehst ja sie wird habe ich gesagt damit du das siehst schon unterschied schön warum sind sie nicht verbunden die sind noch verbunden ach so noch mal drüber schauen was ist der mangel an bier aufgrund von schädlicher misswirtschaft traut uns den kerns linken die folge fugen der gesellschaft aus das ist total gelogen total gelogen das kann ich so unterschreiben kommt ja auch nicht so oft vor dass man da mal was unterschreibt einfach ohne daraus ging zu lektorieren ich habe die nächste stufe erreicht neue gebäude in der neuen welt gebackene bananen fischölfabrik aber schon für schule fisch für aber das muss am wasser korrekt reicht eine für ganz viel oder ich habe ich habe gut ich habe jetzt zwei gebaut ich habe jetzt aber auch noch massenhaft auf lager ich baue auch lieber mal zwei und ich baue nicht zwei und ich kann holz wir haben die ganze nacht gesungen ich brauche ein oder gut da der 11 70 holzfabriken gebaut hast bis auch wahrscheinlich hält zu lohnen meist die weg bananenplantagen sowie normale plantagen wahrscheinlich ja dann braucht man die denn hin ich habe schon gesehen eng bauen ist wohl notwendig die ganzen flüsse und sowas ich habe hier nicht so viele flüsse und sowas nicht mal sowas wir bauen aber natürlich nur eine zweite ich kann schon von dem scheiß hier bauen die bäume stress müssen kann man die ausblenden du kannst sie aber abreißen ja wohl ist ja doof schon kurz die karte bringen hier und wahrscheinlich auch zwei von diesen bananen fabriken naja also alles im doppelpack so brauchen brauche ich eine sägelei aber eine baumwoll plantage die baumwolle muss ich dann weiterverarbeiten zu in die baumwollwiberei bringen genau und das endprodukt dann in die alte welt noch lecken die stoff schatten schlug aber das nicht zufrieden ist wenn ihr arbeitet jetzt richtig abseucht und kriegt ja ein paar benäherrnis freuen sich aber bestimmt drüber ich denke auch ich brauche jetzt schon für viele häuser mai 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 im august es geht die zufriedenheit hat leider nicht hoch weil die bananen nicht haben aber die fruchtbarkeit hast oder ja ich kann ihn nicht machen weil zu wenig leute einziehen wasser sind sehr wenig leute pro haushalt zwei sachen würde ich mir noch wünschen auch ja aber zum einen dieses mit den statistiken dass du siehst wie viel du verbrauchst wie viel du produziert und deine möglichkeit bestimmte produktionsstätten an bestimmte weiterverarbeitende produktionsstätten zu verknüpfen dass nur eine bestimmte produkte also das war schon eine bestimmte baumwollwiberei eine bestimmte baumwollplantage geht scheiße irgendwas mit expedition piratenjagd wochen wir nicht auf den sack warum machen wir denn jetzt nichts fehlende ware wenn die nicht erst etwas bringen ach so wegen dem fisch dumm 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 gibt mir gumm gumm so jetzt müsste es eigentlich laufen jetzt gibt der axt ich hoffe ich hoffe wenn nicht dann nicht ne macht sinn en hallo ist wütend dass ich eines ihrer schiffe zerstört habe hast du keine ahnung bist du am besten zum bilder ja irgendein schiff von mir ist auch auf irgendeiner mission da ich weiß nicht genau wo sie hinfahren aber die fand nach hause scheinbar ein hallo schiffe kaputt fahren weiß ich noch bauen kann weiteres linien schiff ich stehe jetzt auch kurzer vor ich mache es warum können die herfahren holen die sich jetzt erst machen die hier völlig aus dem laut die laden wahrscheinlich mit dem laden des schiffs das ist los es möchte schon wieder machen ach so weil ich die kanon jetzt natürlich brauche für was anderes ich habe schokolade ich habe zigarren ok blübt was man auf einmal alles hat sehr merkwürdig ok noch habe ich keine chica bananas alles frisst es hat geklappt ja schauen wir mal ob es geklappt hat nicht wahr warum naja mal gucken was wird passiert hey meinen sie wohl schon mal drin ja hast du recht ich weiß auch nicht mehr wo ich war ich auch nicht scheiße wie rum muss ich die kamera drehen so ich war ich war in kuripinas kacke ich weiß nicht mehr wo ich war kein lagerhaus und reichweite ach nee das wollte ich mal wir hatten ja auch weitergespielt und das ist ja noch abgestürzt ja ich hatte aber nochmal gespeichert also das müsste eigentlich ja ich habe ja keine straßen hattest du die vorher habe absolut keine ahnung ich sage einfach mal ja ok ist der bestermentor bitte eine fotograferaufgabe ok was eine fotograferaufgabe eine fotograferaufgabe aber also ist der bestermentos Hafen ok äh Hafen wo ist dieser Hafen von dem sie redet hier offenbar nicht wo ist der Hafen weißt du wo der Hafen ist was steht denn da absolut keine ahnung fotografieren sie Isabelle ist da mein also einfach mal draufklicken dann äh ach den Hafen soll ich fotografieren klar die das spielautomatisch stellen foto gemacht Junge ja abschicken easy 6.000 verdient easy 6.000 easy 6.000 entschuldigung ich wollte nicht reden zum kotzen danke bitte warum ist denn das jetzt nicht mehr im vollbild noch nervig ich merke schon läuft gestern war nämlich auch das problem dass der ich glaube tatsächlich die ist irgendwie zu warm geworden irgendwas war da komisch ich hab dir ja geschrieben vielleicht der Lüfter weiß ich nicht es kann aber auch sein ich hab das Temp Target so eingestellt dass es auf 60 ist vielleicht erlaubt das Programm dann der Grafikkarte nicht mehr als 60 und drosselt dann irgendwas runter ich hab keine Ahnung worüber nimmst du auf? hm? worüber nimmst du auf? OBS oder womit hast du das eingestellt? achso nee das hab ich eingestellt über das Tool von der Grafikkarte ah ok seltsam nee ich baue jetzt das Gebäude und das in einem Anno Spiel kannst du es wagen verrückt ich weiß bin ja auch ein crazy motherfucker ja stimmt ich baue jetzt die Ölfelder ein brauche ich die Ölfelder hier? nee ne scheißdreck ey nee es husten wenn du da scheiße hältst wenn du da scheiße drin hast ist irgendwas falsch ja dann sollte ich mir andere Gedanken machen so jetzt ist verbunden aber es ist ja immer noch kein Dingsbumshaus verbunden Ohohoh Not enough Holz scheiß ich habe gar kein Torf hier ach kack was hier? Produktion ach Sägewerk ja mach mal hau marini und wollte ich hier machen alle hier sind auch gebäude ach die alpaca farm im moment wenn man überhaupt nicht gar nicht mehr weiß was man eigentlich machen wollte ich hab nie ne ahnung ist das die alpaca farm die alpaca farm ich baum ne achso die brauche ich für die ponchos alponcho arriba ich habe immer so vergleiche angeguckt zwischen verschiedenen grafik settings ok und und das sind ganz komisch manchmal ist die x12 besser manchmal ist aber auch nicht besser bei mir war es kacke erscheint mir immer sehr valide auch zu funktionieren aber ist nicht das eh das problem was viele bei dx 12 haben absolut keine ahnung was die überhaupt für probleme haben also es hat bisher bei keinem spiel wo es eigentlich probiert hat wirklich was gebracht deswegen ist das nicht so das problem das kann sein so dann kann ich nicht bauen weil ich brauche zehn holz öl brauche ich nicht oder nico internet ist weg hast f9 gedrückt was habe ich wenn man f9 dreht sich die kamera nicht dass ich wüsste doch nicht dass ich wüsste dass ich es gemacht habe ja du weißt gar nichts nico es ist kein platz mehr dann macht hier weg die scheiße mach weg die kacke ach so das ist ja ich hoffe aber es soll ja ihr alten schlinger ihr ist auch gerade in der neuen welt ja ich kenne mich nicht so mit menschen aus mysteriöses artefakt ach so die mysteriösen artefakte die entdeckung blablabla die mannschaft fragen wer es war ich niemand hat eine erklärung bis auf die fuß der erste ansicht dass sich ein unheiliges kapitel geöffnet hat am nächsten morgen erscheinen drei weiter weitere dieser geschwänzischen dinge reinigt diese götzen bilder in heiligem feuer kreischt der unsinn entgegen ein soldat stellt wachen auf dann finden wir diese ratte vor allem kreischt der ach ich mach mal hier die sonne scheint feierlich an diesem morgen größer als schrägstrich b kleiner als die leichen der wachen sind bereit für die bestattung allerdings nicht hier auf diesem verfluchten felsen wer sie getötet hat ist niemanden bekannt außer den unheimlichen bildnissen die expedition wird fortgesetzt ok das hat 30 prozent allerdings gekostet ist aber viel shop alpakas gleich das war auch alpakas doch schon lange eigentlich das mit größeres zu tun weil du bist okay kann ich gerade so mit leben aber gerade so ne aber wenn du das leben nehmen willst sagt bescheid ok dann weiß ich du kannst damit nicht mehr leben macht und dann durch schritte einleiten muss man schritte einleiten hat ein geschenk für sie meine kredite hätte gewollt dass du das bekommst ok dank schön wurde sich das geschenk ihres einwohner ab mache ich heute hat er denn ja was hat er denn gehabt noch keine ahnung und du hast es jetzt auch in hallo bietet einen waffenstillstand an das gut sein wir sind schon tot es hat mir 60.000 moment warte mal das angebot ist ein waffen steht dafür eine stunde muss ich das ablehnen und dann ist das die forderung oder wie wenn du das annimmst also wenn es bei forderung stets als du das geld dafür weil sie das erfordert von dir bitte die kleine schlampe gleich weg wenn die so weitermacht hier wenn dies will hallo kann ich mal schiffsbilder haben hier ich brauche noch so ich brauche noch sechs kanonen da mache ich noch so ein linien ich habe jetzt zwei linien schiffe meine schiffe will ich mach drei drei mal ich drei drei ja das habe ich verstanden nicht vier drei 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 so eine poncho farm mache ich noch und ich mache noch eine poncho farm und noch eine poncho farm und noch eine poncho farm eine poncho farm auf der achterbahn das ist schon wieder vollbild hier geil also war es wert oder was ich glaube schon aber beste kino weiß ich nicht wenn dieses internet abbricht weil das ist ja nicht online also schon online ist aber da kriege ich nichts mit scheiße scheißen dreck scheißen dreck kaka und los mir fehlt holz das blöd schmeißt noch mal holz die machen nur holz die kriegen kein sägewerk von mir oder mich da lang ist auch kein fein von mir und noch 85 prozent ist aber wenig ich gucke mal auf alles alles gut mein freund die kann so raus ich danke ihnen für das vertrauen direktor ja entschleicht ich penner das flotte vor deinem ja so viele schiffe hast du schon ja ja so viele sind es ja noch nicht das sind drei fregatten und zwei linien kreuzer schiffe und noch zwei kanonen aber ich noch ein linien schiff die prüfung die mannschaft verzeuge des blutzolz den fremde länder mit sich bringen ihre stärksten recken in den kampf stecken mit ihrer aktuellen ausrüstung oder nichts ihre besten schützen wird nichts ihren klügsten offizier erfolgschance sechs prozent alles klar die fremden staunen über die schnelligkeit ihres offiziers er untersucht die leichte und erkennt messerstiche verschiedener tiefen und blutungen durch methodische befragungen setzt der offizier die fremden unter druck und er tölt die täuschung jede wunde wurde von einer anderen hand zugefügt und alle haben das opfer getötet der prinz erkauft sich das stillschweigen der seeleute die den schauplatz verlassen und sich fragen welches motiv wurde hinter dem sonderbaren mord steckt oh ich krieg pürit kristalle geil kreischen das museum packt brauchst du ja eigentlich nur das museum kein problem so linien schiff nummer drei mit wie vielen kanonengießereien produzierst du man müssten weinen wenn ich das erzähle sag mal ich habe keine ahnung tatsächlich mit zwei das geht eigentlich ich habe zwei oder am streiten ich habe zwei drei stahlwerke zwei gießereien ich habe ich weiß ja nicht das läuft aber anscheinend alles gut hier 74 137 stahlträger 60 ziegel könnte ein bisschen mehr sein und 314 bretter bretter habe ich 392 281 ziegelsteine 138 183 stahl und 114 fenster bei mir läuft hier das alles gerade nebenbei weil ich gerade nur in der neuen welt bin und die können ja aufsteigen aber hier ich brauche die nicht aufsteigen lassen die können ja noch nicht weil ich brauche erstmal nur so den ganzen das ganze gelumpe damit die in der alten welt geil sind richtig ja wie gesagt noch brauchst du es nicht ich habe voll viel baumwolle macht doch mal alpaka scheiße hier macht doch mal ponchos ihr pissen hop hop junge hop hop isabel sarmento kleine amazon so meine zeitung ist kacke gute einrichten kann ich auch von geht auch noch von alten in die neue welt dunkel habe ich tun ja was denn eigentlich muss denn die viper unterwegs zu einem anderen ort ok frau holle ich glaube das geht nicht nur kann ich an die während das ein schiff macht kann ich kein neues machen vielleicht einmal in dem ganzen satz na während meine werften schiff produziert kann ich kein anderes machen aber es ist dann warte schleife ja weil ich will eigentlich keins von den schiffen die jetzt hier rumstehen dahin schicken sondern neue schiffe machen schiff und der beschoss ernst was hat sich anders gewollt die wird jetzt die volle kraft meiner gesamten flotte zu spüren bekommen sie greift dich an sie greift dich an der ein schiff von mir beschossen das ist mir nicht gefallen blöde schlampe weg mit dem kack da zack tschüss glaubt hier